Musik Ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz im Sparkassenforum. Wir bedanken uns am heutigen Montag bei 1.818 Zuschauern, die beiden Trainer sind zu uns gekommen und ich darf den Gästetrainer Jürgen Luginger bitte um sein Statement zum Spiel bilden. Ja, für uns lief das so, wie wir es haben wollten. Wir wussten, dass eine Defensive fehlen wird. Wir mussten Geduld haben, es hat die Mannschaft sehr gut oder vieles davon sehr gut umgesetzt. Wir hatten viel Ballbesitz, immer wieder die Möglichkeit zum Abschluss gekommen. Wir haben wenig Konter oder kaum Konter zugelassen. Natürlich noch nicht selbst so viele Torechancen, aber zwei, drei Möglichkeiten waren schon da. Erst der Halbzeit und dann machten wir auch noch zur richtigen Zeit das 1-0. Dann wussten wir, dass der Halbzeit in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufmachen muss und das war natürlich für unser Spiel noch besser. Da werden mehr Räume gehabt und die Mannschaft hat uns wirklich sehr gut gemacht, auch für Ballverlust gleich. Die Gegner wird unter Druck gesetzt, dass sie nicht in Ruhe rausspielen konnten. Ja, und ich habe schon endlich verdient an die Bonn-Müsten heute und kann in meiner Mannschaft nur ein bisschen Kompliment machen, die sie heute über die neuen Sieben sind. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich meine, dass der Sieg hoch verdient ist, ich glaube, in den meisten Bayern braucht man gar nicht rumreden. Das war nicht gut, was wir heute gespielt haben. Hallo, nichtsdestotrotz, wie der Jürgen schon erwähnt hat, hat Bonnburg viel Ball bis jetzt gehabt, aber wir nach 20 Minuten die erste Chance. Das war's jetzt, die hundertprozentige, die musst du heute machen. Das ist in der letzten Woche schon so gewesen, wenn du gegen Spitzenmannschaften spielst, kannst du trotzdem abwarten, ob du deine Chance bekommst. Aber du musst sie halt reinmachen, weil du bekommst nicht 5-6 wie ihr gegen Offenbach, du bekommst nur 1-2. Und die haben wir gehabt, die haben wir leider nicht gemacht. Auch kurz vor dem 1-0, wo Andi Ivan aus der halblinken Position die gute Schussposition hatte und dann zur Ecke geklärt wurde. Auch da kann man mal ein Tor machen. Aber insgesamt muss man einfach fair sein. Es hat nicht gereicht heute, Hamburg war besser. Und wir müssen noch wieder viel arbeiten, um wieder zu pumpen. Dankeschön. Und dann darf ich die anwesenden Journalisten fragen, ob es denn den Wunsch nach Fragen gibt. Dies ist nicht der Fall. Ich wünsche mir und dem Gäste Team und dem Gäste Fans eine gute Heimreise. Und ich darf schon mal das nächste Heimspiel des Baugarten ankündigen. Wir spielen am Samstag den 14.3. zu Hause gegen den TSV-Unterstenbach Eingang. Dankeschön. 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 Vielen Dank. Dankeschön. 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 Dankeschön.